Äh, wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Spiel speichern. Ah. Mhm. Was gibt denn jetzt hier noch Schönes? Nichts. Sparen können. Aber was spuckt er denn? Da muss er irgendeinen Grund haben, warum er ihn spuckt. Was ist denn da unten? Ach, das ist ja gar kein... Da komme ich ja gar nicht hin. Nein, scheiße. No. Hm. Das wird zu wend. Spuckt er jetzt nochmal oder was? Ah, nein. Nein. Nein, nein, nein. Äh, wo muss ich denn da hin? Kann ich mich jetzt veräppeln? Das war schon wieder so ein Gag oder sowas. Da oben ist er... Wie komme ich denn da? in dieses Moped rein? Boah, ist klar. Ah. Ah, 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 ah. Hm, 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 hm. Ja, aber da muss ich doch irgendwie hinkommen. Heilige Bambino. Woher komme ich denn da rein? Ach, jetzt hat sie schon wieder irgendwas verschoben. Ei, 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 ei. Jetzt wieder weiter runter, oder was? Oh ja, mach mich noch tot. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ich wollte doch eigentlich was völlig anderes machen. Was ist mit Bambino? Wo muss ich denn... Aber jetzt mal ernsthaft, wo ist denn das hier aufgegangen? Muss ich hier rein? Ach, Mann, ich wollte doch gucken. Lass mich doch alle mal in Ruhe. Hier? Nee, das ist doch alles nicht richtig hier. Wo hat sich denn da die Erde aufgetan? Also hier unten auf jeden Fall nicht. Ich muss wieder zurückhangeln. Muss ich da jetzt echt wieder zurück, oder was? Ach, jetzt habe ich es verstanden. Hallo, hallo, nein, nein, nein. Scheiße, 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 scheiße. Ja, warum machen wir doch hier noch mehr rum? Alter. Oh, das ist doch jetzt nicht verkriegt. Wer hat sich denn dieses doofe Spiele ausgedacht? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt geht er wieder tot. Es tut mir leid, Uri, aber Papa muss das für die Arbeit tun. Oh, mein Gott, was sind das denn für ekelhafte blöde Viecher jetzt hier auch noch? Nein! Wächst ja gar nicht mehr durch, was der da alle schießt, ey. Das ist einfach zu spät dafür, ehrlich. Ich kriege da halt nicht mehr hin. Schieß mich doch ab, Mann. Schieß mich ab, Mann. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ah, geh weg. Alter, alter. Nicht töten. Das ist ja wohl ein Witz. Alter. Oder das ist ja jetzt nicht deren Ernst, oder? Das wird ja immer geiler. Nein. Ich werde bekloppt. Das ist doch nicht jetzt wirklich. Was ist das denn? Wie soll ich denn da hochkommen? Boah, das ist doch nicht ernst. Entweder stoße ich mich daran oder daran. Irgendwas passt aber nicht. Boah. Alter, war das knapp. Nein! Oh Re, wenn ich mit dir fertig bin, dann bist du fertig. Schwöre ich dir. Nein! Wenn ihr jetzt mal einen Blick sehen könntet, ne? Ich glaube, niemand würde mich ansprechen wollen. Lass mich in Ruhe, oder ich bringe dich im Umblick. Ernsthaft, was kann ich nicht richtig, was ich hier tue, oder? Ne, ernsthaft? Oh Gott, speichern. Oh Gott. Mein Gott. Ohi. Was hast du mit mir getan? Das Blöde ist, ich denke, bei jedem Tier, was ich hier töte, dass ich es irgendwann nochmal brauche. Ich glaube, das Spiel hat so eine ethische, moralische Verpflichtung. Und ne, jetzt schon wieder dieses komische Vieh. Nee, das war nichts. Er muss ja schon wieder hoch da. Irgendwann ist er da wieder. Hm. Aha, also da komme ich also nicht hoch. Äh, verstehe ich nicht. Das ist eine Sackkasse da oben. Sehr gut. Das ist eine Sackkasse da oben. Ich hoffe, dass das so schön Three Pose ist. Ich hoffe, dass die Bomben. Das ist eine Sackkasse da oben. Das ist eine Sackkasse, denn wir haben einen Sackkasse. Das sind die Sackkasse da oben. Das ist eine Sackkasse da oben. ja ich weiß ich bin so doof ich bin so doof ist er doof ist er ich habe das spiel dann so deprimiert dass hier voll dp seit weil er denkt das ist so einfach du kommst gerade nicht weiter bis auf diese spannende spielszene zwischendurch gespannt und kommst nicht weiter weil du immer wieder zu müde bist und weil so einen doofen fehler jetzt habe ich zu langsam gedrückt und dieses fisch nervt mich ja auch das kostet nur zeit so eine zeitverschwendung wo ist denn hier hin wie hoch soll ich denn noch springen nein